Und damit herzlich willkommen zu 3FPS. Du, 60 FPS, was los? Ja, jetzt geht's auch wieder, jetzt ist es bei mir angefangen. Willkommen zurück bei Let's Play Titan Quest. Together mit Freddy, Chantal, mit den Hundis. Dieses Mal ohne unsere neun Freundinnen. Und im letzten Part waren wir ja hier schon mal gewesen, aber irgendwie... Ach ja, mein Spiel ist dann hier abgestürzt. Ja, genau. Und dann hab ich ja gesagt am Ende noch, und da jetzt müssen wir also also mal erkunden. Bis dahinten hin, und naja. Ja, deshalb hört der Part bei mir einfach plötzlich auch. Ich hab eben überlegt, ob wir dann noch was aufgenommen haben und ich das einfach nie mit aufgenommen habe. Aber du hast recht, nur du hast es noch aufgenommen. Ich glaub' ich ne gerne mal eins schicken, wenn du möchtest. Ich kann nicht gerne eins noch schicken, wenn du möchtest. Ja, so wie bei dem anderen. Du bist dann einfach nicht benutzt, weil du sag' ich so. Nur wieso. Das ist ja jetzt meine Sicht. Hellmonster. Ja. Ja. Okay, ich hab... Ich hab gerade... Warte. Kurz mal draufhauen. Scharf gerade. Du hast du das heute. Das Todesalter verloren? Nö. Doch, ein Kopi ist aber ich weiß nicht was gut zu sein. Ja, das ist nicht möglich. Das ist ganz ok eigentlich, aber ich hab' ja halt bessere Sachen. Ja, ich weiß gar nicht woher. 1 habe ich gefunden und eins hast du gefunden Oh, ich bin übrigens voll Also doppelte Hinsicht sogar Gott Als er schon wieder hält, muss er was los Ich habe auch gerade gedacht, er hat mich kaputt gekillt Du hast keinen Platz mehr Du hast keinen Platz mehr So, jetzt hab ich schon mit sanft gefilten Äh, aber lass es mal Musst du auch zum Händler? Äh, gleich Ja, dann komm mit Ich höre sie gerade noch, hab hier Ich geh mit zum Gärtner Zum Gärtner Zum Gärtner Zum Gärtner Zum Gärtner Zum Gärtner Ja, aber ein paar Orten wieder auf 6 FPS runter Hä, der Satyr wird doch richtig reich durch uns Ist so Ne, eher arm, verkaufen die mir alles Ja, aber er verkauft bestimmt eine andere Reisende weiter Wahrscheinlich 38 Schaden, Alter Schade, dass ich so einen guten Sperr Ich hab noch ein So eine Waffe für dich, aber die ist schlecht Was für eine? Äh, 21 Schaden 17% Schaden plus Ne, ist Müll Alter, 36 Schaden Äh, 36 Rüstung Gleich mal aufgesetzt Heiß auf den grünen Helm, brauchst du einen grünen Helm? Hm, ja, wie gut ist der? Schlecht? Wenn nicht Wenn nicht Cap 40 Ja, ist ein 30er Helm Vielleicht Schilder Intelligenzsachen brauchst du nicht, oder? Ach, kein Scheiß mit Intelligenz, Mann, schonmal weg Äh, soll ich die blaue Schärpe behalten? Ist sie gut? Äh, Pios Schärpe, also Magierscheiß Achso, na, weiß ich nicht Ist blau heil, ich weiß nicht Ich hab noch nichts blaues verkauft, glaub ich Ich find ja auch immer nur was für mich Ist irgendwas Oh, es gibt rot für 9.000 hier Ne, ich lass mich dafür eine neue Farbe Schlicht, 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 schlicht Steht mir aber Der Todesfacker Ich glaub ich hab auch rot Nein, du hast das, du hast ja glaub ich das gleiche Liedergekopf, was ich hatte Das kann sein Man sieht ja hier nicht Nom, nom, nom Ja, okay Ich glaub den Sumpf haben wir doch, der sieht so aus, der sieht so ausgeschnitten aus Das heißt, wir waren hier wahrscheinlich doch schon Wo bist du? Nach links Wo bist du, ist die Frage Oben Warum? Oben links Hör auf der Insel Sagt das den hellen Monsters Alter, was ist denn mit den hellen Monsters heute los? Das ist, das war genau so letztes Mal Als wir neu angefangen haben, waren wir schon ein höheres Level als man eigentlich sein sollte bestimmt Und dann sind die hellen Monsters gespottet Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich von jedem Gebiet äh ähm speichern, beenden und dann hellen Monsters holen Ja, man hört übrigens nicht, wie ich klicke und esse bei Freddy, außer wenn ich gerade über die gleichzeitige Rede, weil wir jetzt über TS aufnehmen Und Ja, weil er hat keinen, äh, nicht so einen guten PC Und dann ist TS halt besser und wir spielen nur über meinen, äh, also wir reden nur über meinen lokalen TS-Server Heißt nicht, dass das, also es heißt, dass ihr nicht einfach so joinen könnt Ich weiß nicht, ob das irgendjemand will Was ihr wahrscheinlich sowieso nicht wollt Du musst gelevelt? Du musst gelevelt? Ich bin gelevelt Ja, war super gut Ach, ich hab nur gehört, gelevelt Hm 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 Hell, die Gauner sehen aus wie Geister einfach mal Hier ist irgendwo so, wie ich was genau so ist, wie du ich mit tot Bist so zu mir wie du bist tot Ich bin tot Warum? Hm, ich glaube ich auch noch einmal, äh, äh, Energierer, damit ich müssen mehr Energie haben Wie das sieht genauso aus wie ich Ja, der hatte die gleichen Attacken wie du Ich stand in so einer Ein Fünfergruppe von Viechern Und war da gerade gerade ganz entspannt, entspannt am Töten Und auf einmal sehe ich so mein Leben 50.0 Naja Herr Gott Puh Ich glaube, die hat nicht ganz gut zu schaffen gemacht Ich denke, die sind besser gerne als ich Mal kommen mit aus Flamme Ja, davon habe ich auch schon welche Willst du die haben, oder? Oh, keine Ahnung Ich hab' ich 3-2 davon Die mir mal die eine, bitte Kann ich 3 zusammenspielen? Ähm Ja Hast du teilweise Achilles Tapferkeit mit? Wie sieht das aus? Äh, ein Helm Ähm Hier ist übrigens der Limos, den wir schon getötet haben Ich habe mir das Spiegel, Bogensehne, Goldens Vlies, Macht, Bogensehne, Sicher, Zeug Was, wen du? Äh, diesen Riesendeam aus, den haben wir in der Quest getötet Ja, warte kurz Warte kurz Ähm, hast du noch zufällig Ich hab' nichts mit, ich hab' alles in dem Sparbereich Okay, dann müssen wir demnächst noch mal holen Ja, komm, wir hauen ihm jetzt voll aufs Maul Der wird jetzt ein größeres Problem als letztes Mal Okay Das war seine Giftbombe Und meine Giftbombe hat irgendwie nichts gebracht Ich hab' keine Energie direkt, ich bin tot Pass auf, der hat mich instant tot gemacht Der muss ein Gift teilen Die Spartaner stehen da einfach nur so Ganz ab, der hat einmal in mich reingehauen, ich war sofort tot Alter, der hab' ich gekrittet gerade Der ist ein Dommisch-Misch-Gerbort Der ist ein Dommisch-Misch-Gerbort Hab' ihn Bei solchen Gegnern sollten wir vielleicht wirklich mal spielen, wie wir spielen sollten Also, mit ich steh' hinten und, äh, heil dich und hau' mal zwischen den Zauber rein Und du als Gennig Du warst schon das Mal? Das ist meine Hauptklasse, die ich eigentlich nur Skille auf, äh, schlagen und weglaufen ist Ja Aber du kriegst trotzdem, du verträgst trotzdem viel mehr als ich Wie viel Leben hast du? 1400? 1100 Ja, du hast fast doppelt so viel wie ich Gerade übertriebenen Leck gehabt Ja, ich auch Ich meine, ich hab' nur 600 Leben Wirklich? Ja! 603 Leben hab' ich Was glaubst du, warum ich so oft sterbe? Was war das blaues? Leuchtender Armreif Sieht geil aus, ist aber nur so scheiß Intelligenzzeug Zeig mal Sieht aus, wie ein ganz normaler billiger Armreif, nur halt, äh, mit Photoshop nur eingefärbt Wow Wow Die blauen, die, die glauben, blauen gehe ich schnell behalte ich übrigens. Fuck ja, wo Hier kann ich's hör Ich glaub, dass hierhin haben wir gespielt und, ne, geh' noch bisschen weiter, oder? Ne, ja, da oben noch lang, aber, man sieht's doch auf der Karte, wo lange wir gespielt haben Nein, ich seh's nicht, bei mir ist das halt doch auch weg Ach her, bei mir ist ja noch da Vielleicht hab' ich deshalb mehr Spielstunden auch als du Warum? Weil du einmal, das hat mir bisher einmal das Spiel abgestimmt Ne, ich glaub's hat mir schon mal Wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt Ich glaub das fand ich bei dem Charakter hier Wenn du da hast bei mir Ich geh' irgendwie so gar nicht auf dem Boden Ich geh' irgendwie so gar nicht auf dem Boden Ich hab' jetzt wieder Heiltränke Ich lag- übrigens gerade Todes bei mir, ich hab' ne 10 FPS 140 Hier ist gar nicht auf dem Boden Ich werde mir den Leser mal ein anderes Programm kaufen. Welches? Weiß ich noch nicht. Big Story? Vielleicht. Wenn mein Computer das packt schon. Ich mein, es kostet nicht die Welt und es ist ja ziemlich geil, dass es gleich random wird. Ähm, Wildschwein, Boss. Das ist nirgends Maler. Äh, wie weit sind wir bis oben gegangen? Ähm, hier schon nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Diese Fähigkeit ist noch nicht ausgebildet. Ähm, warte, ne. Gehen wir noch mal hingehen, weil ich brauch das noch. Ja, klar. Beziehungsweise ist da noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Also sieht so aus, als wäre noch irgendwas. Warte. Ne, kommt einfach nur ne Wand. Ich brauch ganz dringend Energietränke. Hab noch 13 und ne Ache. Äh, lass mal kurz zu hingehen. Ich hab null. Ne, mir fehlt dieser, äh, mir fehlt der Dunkelölfen, äh, Zauber aus Sacroo, wo ich einfach über die Wand springen konnte. Das war schön. Das ist schon nicht lustig. Welch gibt es auch noch schöne Gegner? Ach, Schildkröten. Oh, ne Bossmanns, 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 Wir sind gleich zwei. Nein. Ich bin tot. Ich hab keine Schoxmanns. Ich hab keine Energie. Ich kann nichts machen. Ich geh halt nicht rein. Ja, aber ich kann auch nicht von hinten hin und ich kann auch nicht rein und nichts. Ja, du hast auch nen Ding zum Bogen. Ja, der ist schlecht. Ja, der ist totes Gut eigentlich. Ich bin eigentlich überhaupt nicht kalt. Ich bin überhaupt kein Bogenkämpfer eigentlich. Hauptsache sind gleich zwei Heldenmonster einfach da. Ich mach erstmal den Zauberer weg. Wie man das... Es läuft ja echt ganz gut, weil ich so spiele, wie ich spielen sollte, somit. Hit and Run. Hm. So wie ich spielen sollte, läuft's auch gut. War's langweilig. Boa. Das sind hellländerlich aus. Nee, hab ich auch als erstes gedacht. Er zauber' mich tot, alter. Wenn wir bis zum Level? Ähm... Sprechblase. Hey, wo schieß ich denn hin? Ja, hier oben waren wir. Mal haben wir noch hier kun göst. Ist das noch was? Ne. und nach rechts oben jetzt noch weiter wir sind freund das schild kürze der macht mir ein bisschen oder hatte nur noch 20 leben das ich heute schaste aber man ist vollgewöhnlich dass man doch schnell bevor man stirbt den namen des feindes schreien muss nein doch gewisse riesige ich brauche ernsthaft ganz dringend energietränke und ich habe auch nur noch vier gesundheitstränke ich habe auch nur noch vier dann lass uns mal kurz wieder die Stadt fahren gleich fahren ok ja mit C-Bus ne mit Fahrstunde ja mit Fahrstunde den Freitag ne öfter ja lass uns mal stattgehen ja ich esse noch mal ein Stück Pizza die ist schon kalt ein paar kalte Pizza kommen auch essen ne da war ich lieber mal ein bisschen besser ne am besten ich halte die Tür ein Anbäld z Kostur und Ringen mit Bestien Schaden nehm wie viel 10 Schaden plus 10 Schaden um fünf Elemente ich habe Elemente und Lebenskraften ne Amulett oder ein Ring ne vor der Woll doch 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 macht den Lebenskraft Schaden raus oder ich mache doppelt den Lebenskraft Schaden oder ich mache den Lebenskraft Schaden raus nein das ist ganz normaler Schaden einfach nicht Lebenskraft ich habe aber noch ein Ring ich habe einen Ring mit Lebenskraft und ein Amulett mit der Lebenskraft also will sie jetzt haben so so ist Schildkrötenpanzer hat ein Federmoster für dich ja der muss man schädlich aber guck mal die Energiefenkel sind immer noch ganz normal ja bei mir sind auch die Gesutze trennen auch normal ja bei mir auch Mensch und was du nur noch er hat mir kurz Getränke noch gekauft eh ich habe eben noch verkauft ja lass aber erst in der Stadt machen alles weil ich hab mir jetzt alle Sachen da gelagert hast du eigentlich ein Portal gemacht? ähm ja wollen wir kurz zur Stadt gehen? bei uns gleich ne ok das erstmal ist noch äh erstmal nach Park machen ja das ist der Quest wo? ja die Falle schaden Spartaner sei gegrüßt du da ein Mensch am besten ist du da ein menschliches Wesen ähm das sie noch leben und auch der Licht zurück wo sollen wir die Quest abgeben kein Plan für den Sparta haben wir den Sparta gekriegt? nein die haben wir ich glaube in welche Schaffern wir als letztes? Megara wir waren doch schon Delfi Delfi nach dem Fall nach der Kirche bekommen Panos wir sind Freunde ja auch bei den Schildkröten ähm bisschen dies bisschen das ich bin tot ich komme so wie ich leben echt nicht klar er ist vielleicht eine Trenklasse nehmen sollen dann was mit kurz portal gut es gibt es gelovellt an meinem Grabstein natürlich hier war Megara, da war der Tempel, da war die Küste hier war so ein kleines Dorf dann kam hier Delphi, da haben wir wahrscheinlich die Küste angenommen ich bin jetzt ein bisschen auf Leben gegangen jetzt war ich vom Sack hier, dass ich dauernd sterbe äh, wo sind wir hier rausgekommen Monsterlager wir haben es ein bisschen verwirrend, wenn man durch Höhlen geht ich weiß nicht, wo wir die Küste angenommen haben weiß ich auch nicht, guck im Logbuch äh, ein paar also meinst du Quest-Aufgabenliste oder wie? ja und der Part ist vorbei das heißt wir die ist beenden noch da? ja, ähm, tschüss Leute okay, tschüss okay, tschüss wir sind dann wir sind das ist